Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier in einem beeindruckenden Kartoffellager. Ich selber baue ja schon seit 16 Jahren keine Kartoffeln mehr an. Aber die Kartoffeln sind toll und eine hauptsächlich wichtige Ackerkultur. Ich habe mich auch schon mitgemacht und habe an Franz besucht, nach seinem Betrieb absoluter Spezialist im Kartoffelanbau. Franz, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Danke, dass ich bei dir filmen habe. Ja, Richard, danke, dass du gekommen bist und dass du es gefilmt hast. Grüß Gott bei euch. Mein Name ist Franz Schreier. Ich habe einen Ackerbaubetrieb in Straubing mit Schwerpunkt. Kartoffeln, Zuckerrüben und Weizen ist ein Ausbildungsbetrieb. Ja, und das andere hast du und nimmst du, glaube ich, der Film auf. Genau. Ja, Franz, wir sind jetzt bei dir auf dem Kartoffelacker. Da sehen wir hier zwei Fahrzeuge am Roden. Es war für mich sehr beeindruckend, deinen Fuhrpark zu sehen. Aber was noch viel interessanter war, das waren die Leute, die bei dir in der Erntekette arbeiten. Also ein echter Familienbetrieb. Ich habe die gesamte Familie angetroffen, am Hof, am Schlepper. Überall ist jemand und wenn es nicht aus der eigenen Familie ist, dann ist es aber ein Onkel oder ein Cousin, der bei dir arbeitet. Vielleicht magst du uns kurz die Fahrzeuge und die Fahrer vorstellen. Ja, im Herbst ist es natürlich eine Zeit, wo wir sehr viele Stunden unterwegs sind und da müssen natürlich auch alle zusammenhelfen. Wir sehen am Video die SV 260. Da hängt der Fenzim 24 drin. Das ist ein zweireihiger Kartoffelfolianter mit Krautzupfwalzen, mit Rollenseparator und Multisep. Also sehr gute Trennung und sehr gute Flächenleistung. Den fährt der Christoph. Dann fährt dahinter der 820er mit der 150-60. Das ist eine Maschine, die hat Igelbänder drin und eine Krautkette. Den fährt der Manfred. Die zwei Roder haben natürlich miteinander gute Leistung und bringen kontinuierlich Kartoffeln am Hof. Ja, und in deinem Abfuhrgespann, ich glaube darauf freuen sich von meinen Zuschauern sehr, sehr viele. Ich habe es schon ein bisschen angekündigt, dass auch ein MB-Truck in der Kette fährt. Wir haben ja einige MB-Truck-Fans, die meinen Kanal anschauen. Vielleicht magst du uns den noch kurz schildern oder erklären, was das für eine Maschine ist. Ja, der MB-Truck wird an dem Tag von meiner Tochter, von der Verena gefahren. Der MB-Truck ist ein 1600er mit einem Drei-Seiten-Tandem-Kipper dran. Wir fahren mit vier Abfuhrfahrzeugen. Da haben wir die Kartoffeln, gerade wenn die Feldhof-Entfernung weiter ist, dass wir einfach die Kartoffeln wegbringen von den zwei Rodern. Unter anderem ist auch der 939er mit dem Grabmaier-Mulden-Kipper, der 828er mit dem Krampen-Mulden-Kipper und der 716er mit dem Rohr-Mulden-Kipper unterwegs. Aber wie wir im Video sehen, mit der reinen Ernte ist es ja nicht getan. Das Einlagern ist mittlerweile auch eine eigene Wissenschaft. Die Kartoffeln, soweit ich das noch weiß, müssen sehr schonend behandelt werden, speziell die Speisekartoffeln. Und entsprechend war ich sehr beeindruckt, welche Technik hier zum Einsatz kommt. Und ich habe da ein Gerät gesehen, das ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe. Die Kartoffeln, wenn sie am Hof ankommen, laufen über einen Sturzbunker mit Entterterwalzen. Das ist die Annahme, dass wir die Kapazität erhöht haben, haben wir mir jetzt einen zweiten Sturzbunker vorgeschaltet, damit einfach der Anhänger möglichst schnell leer ist und der wieder auf die Straße kommt, beziehungsweise auf den Acker kommt, zu den Vollerntern. Bis der nächste Wagen hinrangiert wird und bis der nächste Wagen leer zum Abladen ist, haben wir die Kapazität in den zwei Sturzbunkern drinnen, haben wir doppelte Entterderleistung und hinter dem zweiten Sturzbunker ist der neue Tomra optischer Sortierer. Das ist eine neue Errungenschaft für uns heuer. Der sortiert eigentlich alles an Steinen, Gluten, ein bisschen Kraut noch raus. Man sieht es jetzt da an Bildern, was da rausläuft. Das können eigentlich vier Personen in der gleichen Zeit nicht schaffen, dass sie es rausbringen. Und somit haben wir unsere Einlagerungsgeschwindigkeit verdoppelt. Ja, Geschwindigkeit ist ein gutes Stichwort. Ich war eigentlich nur immer bemüht, dass ich an niemandem im Weg stehe. Es hat jeder genug zu tun, was ich so gesehen habe. Und zumal ihr das jetzt, ich glaube, das waren Speisekartoffeln, in Kisten abgefüllt habt, und da habe ich von Grimme das Gerät gesehen, das ich im Landwirtschaftssimulator mal zufällig entdeckt, und da habe ich mir gedacht, was macht man damit? Warum lagerst du deine Kartoffeln, speziell die Speisekartoffeln, in Kisten ein? Naja, die Kisten oder Kistenlager macht natürlich viel Arbeit. Wir sehen, dass zwei Stapler laufen. Der eine muss nur schauen, dass er leere Kisten hinbringt und die vollen doppelt stapelt oder vierfach stapelt, und der andere fährt dann die doppelt gestapelten Kisten in die Kühlhalle. Der Vorteil vom Kistenlager sind natürlich erstens einmal die Druckstellen. Die Kartoffeln sind nicht Meter hoch aufeinander wie in einem Flachlager, sondern die Kiste ist ungefähr Meter hoch im Inhalt. Somit drückt der obere Kartoffel, oder ist der Druck auf die unteren Kartoffeln von der oberen, nicht so hoch. Der nächste Vorteil ist natürlich, dass wir im Kistenlager sehr hoch stapeln können. Wir haben sechs Kisten übereinander, können wir die da kontinuierlich runterkühlen. Die kommen jetzt irgendwo mit 15, 18, 20 Grad ins Kühllager rein, werden runtergelüftet auf 10 Grad. Dass sie trocken sind, bleiben bei 10 Grad dann circa zwei Wochen, damit die Wundheilung passiert, also die Wunde verkorkt. Und nach zwei Wochen gehen wir kontinuierlich runter auf 4 Grad Celsius. Beim Auslagern müssen die Kartoffeln wieder erwärmt werden auf mindestens 10 Grad, damit sie wenig beschädigt werden. Und da ist der große Vorteil vom Kistenlager, dass wir in der neuen Halle einen Aufwärmraum haben. Und da können wir die Kartoffeln dann reinstellen, die Kisten reinstellen. Und genau was der Abnehmer fordert, aufwärmen auf mindestens 10 Grad. Und dann werden die Kartoffeln kontinuierlich im Winter oder im Frühjahr raus vermarktet. Ja, der eine Fahrer, was du gesagt hast, den wir im Bild sehen, das bist du ja selber. Ich war eigentlich überrascht, dass du auch handarbeitsmäßig so in den Ablauf eingebunden bist. Aber wie man im Video sieht, alle Hände werden gebraucht. Vielleicht magst du uns noch kurz erzählen, wer da alle zu sehen ist, beziehungsweise welche Tätigkeiten die im Vorfeld der Annahme ausführen. Ja, es ist natürlich so, dass das Personal durchrotiert. Wir haben natürlich immer wieder Orte, die uns aushelfen, Orte, die fest angestellt sind. Also wenn ich an Manfred denke, der Christoph nimmt sich den Urlaub in der Zeit und tut rot davon draußen. Dann haben wir vier Leute, bis zu vier Leute, die wegfahren. An der Annahme steht einer, der sich kümmert, dass hier rangiert wird, dass alles sauber bleibt, dass der Erdwagen nachgefahren wird und so weiter und so fort. Zwei Leute verlesen dann die Kartoffeln nochmal per Hand, wenn jetzt noch einmal eine Mutterknolle dabei ist, wenn Kraut dabei ist, wenn irgendwas durchgeht vom Tamra. Und dann braucht man mindestens zwei, wie gesagt, das ist jetzt in dem Fall gewesen, der Simon und meine Wenigkeit, die die Kisten weggefahren haben. Aber wie gesagt, da haben wir natürlich immer wieder auch Leute, da wollen wir durchrotieren, weil wir sechs, sieben Wochen Kartoffeln raten. Und ja, da müssen die Leute durchgetauscht werden. Ja, was auch beeindruckend war, in den Kisten waren ja gefühlt nur saubere Kartoffeln, da war keine Erde zu erkennen, keine gefoulte Knolle, gar nichts. Ist das vom Handel mittlerweile so gefordert oder sagst du, das gehört sich einfach so, damit man das im Lager sauber über den Winter bringt? Ja, je säuberiger, dass die Kartoffeln rein kommen, also es ist, Erde ist gut, wenn es dabei ist, weil es natürlich schonend ist, aber im Lager drin ist die Erde in meinen Augen nicht mehr gut, weil es natürlich zum Belüften verhindert, dass die Luft durchgeht. Und jetzt haben wir natürlich die Leute da, auslagern, da haben wir zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich niemand am Betrieb ist, das ist meistens ab Januar, da bin ich dann ganz alleine am Betrieb, die anderen haben dann Urlaub und Überstunden abgebaut. Und somit möchte ich natürlich den LKW beladen, ohne dass ich noch Erde oder was rausnehmen muss, wenn heute eine Mutterknolle oder einmal ein gefaulter Kartoffel drin ist, der macht uns nur Probleme im Lager, somit muss oder sollte meine Augen der Kartoffel in der Kiste picobello rein sein. Ja, magst du das bei den Stärkekartoffeln auch so? Du baust ja, soweit ich weiß, Speisekartoffeln und Stärke, Industriekartoffeln glaube ich nicht. Oder geht es bei den Stärkekartoffeln dann doch mit ein bisschen weniger Aufwand? Naja, der Aufwand ist ein bisschen geringer, weil wir die natürlich lose lagern, das heißt, die laufen mit dem Förderband, mit dem Hallenfüller ins Lager rein und somit ist das da ein bisschen einfacher. Ich möchte aber trotzdem auch die Stärkekartoffeln sauber haben, das heißt, die laufen genauso über den Enterder, über den Tomra und da darf man auch noch Personal hinstellen, dass man einfach, ja, Mutterknollen, wenn er gefaulter drin ist, gerade nach so einem nassen Jahr wie 2021, ist halt immer wieder einmal gefaulter drin und das sparen wir uns danach an Energie, also das heißt an Belüftung, wenn wir einen nassen nicht austrocknen müssen, sondern nur die Feuchtigkeit, was an der Knolle, an der gesunden Knolle dran ist. Aber ein Gerät würde mich trotzdem auch noch interessieren, das ist der Telehändler. Bei uns im Dorf ist keiner vorhanden, sondern hier fahren fast nur Gabelstapler, inklusive bei mir im Betrieb. Welchen Einsatz hast du für den Teleskoplader? Ja, wenn ein Gerät am Hof ist, der praktisch ist, dann wird er immer genutzt. Wir haben zuerst zwei Frontladen an die Schlepper dran oder können wir ran bauen und haben zwei, beziehungsweise eigentlich bis zu vier Stapler am Hof, zwei Hauptstapler und dann zwei Nebenstapler. Ich habe immer gesagt, ich brauche keinen Telelader, weil was wir mit dem Stapler machen können, können wir mit dem Traktor machen, mit dem Frontlader. Mittlerweile haben wir den, glaube ich, schon sechs Jahre jetzt einen Telelader oder sieben Jahre schon wieder am Hof. Es ist Wahnsinn, wie wendig, welche Ladeleistung wir mit dem Teleskoplader haben und darum möchte ich den nicht mehr missen. Unsere Hauptaufgabe war eigentlich die Befüllung der Kartoffellegmaschine mit Kartoffeln und mit Dünger für die Reihendüngung, weil wir da einfach am besten hinkommen. Wir können einen Anhänger mit der Druckluftanlage rausziehen am Acker, können wir den auch einmal im Feld befüllen oder am Wegrand oder wo auch immer. Wir kommen weit vorgelangen. Natürlich wird er dann hergenommen zum Auffeschirm vom Getreide, wenn einmal Stärkekartoffeln irgendwo in ein Übergangslager kommen, da schirmen wir die Kartoffeln einfach mit einem Schild noch rauf, können wir da bis zu 4,50 Meter aufschütten und natürlich auch vom Stapel und der Kisten wird er hergenommen. Wir haben da ein Drehgerät dran, also das Gerät oder das Fahrzeug ist sehr, sehr vielfältig. Ja, Franz, herzlichen Dank nochmal, dass ich bei dir Gast sein habe dürfen. War sehr spannend, habe viele interessante Sachen gesehen und den MB-Trag, habe ich den Eindruck, den muss ich mal nochmal extra besuchen. Wenn das möglich wäre, glaube ich, müsste man mal über den noch ein eigenes Video drehen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine restliche, erfolgreiche Saison. Bleibt gesund alle miteinander und bis demnächst auf meinem Kanal. Allen eine schöne Woche. Ja, Dankeschön, Richard. Hat mich gefreut, dass du mich besucht hast, hat mir sakrisch Spaß gemacht. MB-Trag ist natürlich ein Stück Geschichte und ich möchte aber auch am Schluss jetzt noch Danke sagen. Danke an die, dass du es gemacht hast, aber auch Danke an meine Leute, die, die mir das ganze Jahr die Stange halten. Danke an die Stange, angefangen von Manfred, über den Christoph, Thomas, Niki, Nico, Simon, Anja, Marlene, der Wastl, der Albert, meine Tochter Verena, mein Sohn Florian, meine Frau natürlich, Marion und alle, die, die ich jetzt vergessen habe, weil bei mir und bei uns einfach immer viel dazuhelfen. Und das ist einfach schön, wenn wir wieder an der Stange sind und dass alle immer dabei sind und ihre Kraft einbringen. Dankeschön. Ja, man hat ja gesehen, dass du ein hochmotiviertes Team hast. Die Stimmung war, egal wo ich gekommen bin, auch immer super. Und wer Interesse hat, den Franz auch mal zu besuchen, das geht auch ohne Einladung, weil der Franz ja am Hof mit seiner Frau einen Laden betreibt, wo man jederzeit zum Einkaufen fahren kann. Und ich glaube, wenn jemand Technik mag, Landtechnik, der darf auch mal beim Hof einmal um die Kurve schauen und schauen, was sonst noch mal ansteht. Danke nochmal, macht es gut, bis bald. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.